Schauen wir mal, was Black Hole macht hier. Fängt ja gut an. Ah, wo gewünschen läuft noch wieder, ne? Okay, automatisch mal aufgeregt, Buchungspause zu machen, aber ich kann ja auch noch mal hier in den Laden für euch. Rasputin wollte ich auch noch durch. Jetzt mal wieder Buchungspause, unglaublich, ey, diese Kiste fängt nicht ab. Heute echt schlimm. Ja, kaum Erste gewesen, schon läuft nichts her. Früher war mein Lieblingstag immer der Erste zu zocken. Und jetzt auch Tote. Jetzt muss ich den Scheiß auch noch mal nachbuchen. Jetzt klingelt auch noch mal um mein Handy, ja, verdammt. Nachbuchen. Dann kommt noch mal nachbuchen. Der ist ja auch noch mal, dass wir hier sind. Das ist ja auch schon. heute ist er auch noch in die normale pause meine fresse gucken wir mal was ich hab heute gemacht vielleicht sollte ja ein bisschen los ich verpiss dich mit den dingen na komm jetzt mach die dinge mal Ah, bis oben hin wollen wir das? Nein. Diese Drecksau. Ich glaube das macht echt keinen Sinn. Habe ich gerade auch schon zu den anderen Leuten gesagt. Unglaublich hier. Heute ist echt nichts los. Danke, Herr. Danke, Herr. Jetzt war es nicht, Herr. Danke, Herr. Ja, das ist doch mal wenigstens etwas, nicht viel, aber etwas. Das ist doch nicht wahr. Das ist richtig wahr. Jetzt macht er auch Pause. Gibt er mir ein Bild und dann macht er das. Hätte ich lieber mal drauf gedrückt. Ich glaube, das ist echt tot hier. Das macht keinen Bock. Das macht keinen Bock. Wenn ich hier wisse, ob hier noch dieses andere Spiel drauf ist, was da an sich gewünscht wurde. Aber das scheint hier gar nicht drauf zu sein auf der Kiste. Um... Ich bin jetzt noch ein paar ... 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 Ich bin ja Magic Mirror. Das ist die Sendung. Vielleicht kommen ein paar Free Games hier, andere Kiste ist jetzt auch raus zu Hause. Wir machen das Video für euch wieder mies hier, fängt er mich an zu schriggern. Ich muss mal hier noch ein bisschen weiter zocken, ich glaube vielleicht kommen die Free Games. Holy moly, müssen wir mal in die Kommentare schreiben, wie da die Nummer ist. Keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht gefunden. Ich habe das jetzt schon mal ausprobiert. Wir sind ja noch da, ich habe das gehört. Ich habe das schauen, ich habe das schon Gohtoe, ich habe das schon wieder. Ich habe das Geht euch auf den Treffen auf den Treffen. Das scheint mal wieder ein Tag gewesen zu sein. Falscher Ort, falscher Zeitpunkt, falscher Automat. Da dürft ihr echt nicht böse sein auf den Garosuman, Leute. Das ist halt so, ihr könnt euch jedes Mal die 1000 rausholen. Das ist ganz einfach so. Bei der Dier ist auch noch ein bisschen bezahlt. Aber was ich nicht glaube, geht das wohl gut rein. Verdammt. Gib doch Frau, du Sau. So, da verlängern wir den Garosuman. Wenn sich mal das passiert. Und wieder Pause. Ne, das macht euch keinen Bock, Leute. Ich sag's euch. Ich höre auch auf, Alter. Nach diesen Games hier. Das wird so doof. Wie spiel ich die Automaten noch leer, die ich geladen habe. Aber ich hab... Da ist mir nicht egal. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 25. 27. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020